Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit den Lego Nexo Knights Murloc 2.0. Wir sind immer noch im brennenden Fortrex und heute gibt es mal wieder einen Endgegner, einen Plagegeist, der versucht uns platt zu machen. Das wird aber nichts bei 6.6. So. Hier Gestro, alter Gestro. Wie du mich einfach mal aufregst. So mit Macy und Aaron kämpfen wir heute. Aaron ist sehr gut für Fernangriffe, haben wir in den letzten Teilen hier bei uns gesehen von unserem Let's Play oder Let's App. Wir nennen es Let's App. Denn das ist ja eine App für Android und IOS von Lego Systems, Leute, wirklich sehr, sehr cool. So, und wir starten mal mit Macy. Mal gucken, wer uns denn heute erwartet, wie konnte ich mich sehen, welcher Plagegeist uns denn heute hier begegnen wird im brennenden Fortrex. So, wer kommt denn? Ah, Navaria! Du wirst leiden! Das werden wir doch sehen. Mal gucken, wie stark sie heute ist. Na, schnell weg. Bist du verwirrt? Nimm das! Nee, ich bin nicht verwirrt. Die Herzen deines Lebens ist schon weg, Navaria. Ja, ich hab doch gar nichts verloren. Festung der Entschlossenheit! Wow, 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 wow! Was ist denn hier? Festung der Entschlossenheit! Echt sie an? Das hat man eine Giftexplosion, vielleicht tut das ja was. Stimmt explosion! Ja, ein bisschen. ich bin bereit für die nächste runde nein was ist denn da los das sind spinnengranaten oder granat spinnen wo 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 was ist denn da los geht wieder zurück so lavaria das war's du hast dich für die falsche seite entschieden Schild Da ist ein magischer Schild Ein Absor... 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 Schade Okay, also Das war Levaria Ritterteam 25 Sonst müssen wir da natürlich noch ein bisschen kämpfen. Dann gibt es so Karte zurück und es gibt wieder eine Sequenz. Kleines Clip. Kleines Video, kurzes Video. Ja. Du kannst immer nur jammern. Reiß dich gefällig zusammen. Wir haben endlich alle sechs magischen Schilde wieder vereint. Das waren sie schon eine Ewigkeit nicht mehr. Wir kriegen sie schon noch. Hab Geduld. Wirklich? Ich hab ja eigentlich nie dran gezweifelt. Ja, bis auf gerade eben. Ruf General Magma herbei. Alle sechs Generäle. Ich meine natürlich alle sechs Plagegeister. Endlich vereint und ausgestattet mit den sechs Absorptionsschilden. Niemand wird uns mehr etwas anhaben können. Und weißt du, was wir dann mit den Nexonites machen? Wir werden sie... Na los, sag's schon. Wir werden sie platt machen. Das tut gut. General Magma, komm raus und bring mich zum Lachen. Schon bald wirst du sie alle platt machen. Platt machen, platt machen. Wow. Wie lauten eure Befehle, o böser Oberbefehlshaber? Nun, alles der Reihe nach. Kiel ist dein Geschenk. Was? Wirklich? Mein eigener alter Schild? Mein mächtiger Absorptionsschild? Es ist so schön, ihn wiederzusehen. Ich hab ihn Sorbi getauft und immer zur Monsterschule mitgenommen. Und jeden Abend haben wir zusammen gekuschelt. Schluss jetzt mit den Kindheitserinnerungen. Du musst jetzt die anderen fünf Plagegeister anführen und mit der vereinten Kraft der magischen Schilde endlich und für immer diese elenden Nexonichsnutze platt machen. Ja. Und sobald das erledigt ist, werde ich das Königreich auf meine böse Weise regieren. Selbstverständlich, mein Herr. Ich werde mich sofort darum kümmern. Komm mit mir, Sorbi. Ich meine natürlich mächtiger Absorptionsschild. Wir werden sie plagt machen. Manchmal mache ich mir echt Sorgen um dich. Ja, ich auch. Ja. Manchmal mache ich mir auch echt Sorgen um dich. Mann, Mann, Mann. General Magma ist da. General Magma. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt... Oh, wir müssen... Wir müssen auf Level 27 hochkommen. Aber das sollten wir, glaube ich, schaffen. Ich mache das mal ganz, ganz kurz in der Zwischenzeit. Oder vielleicht nehmen wir das hier mal mit. Das hatten wir noch nicht. Also, was heißt in der Zwischenzeit? Dann können wir hier mal diese Zwischensequenzen jetzt. Zwischen- oder Sidequests mal jetzt machen. Um ein bisschen Level hochzukommen. Und dann kommen wir beim nächsten Mal ins Lava-Land wahrscheinlich. Mal gucken, was wir hier jetzt machen können. Das sind hier Sidequests, um eventuell Edelsteine oder sowas zu bekommen. Also Lego-Bolzen. Die haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Die können wir jetzt mal machen. Aber General Magma ist auch da. Finde ich gut. Ein Duell am Tag hält die Gesundheit stark. Mal gucken, was jetzt hier anliegt. Für den König! Für den König! Und dann versuchen wir das auch zu binden. Das war's für heute. Aber die sollten doch ganz gut sein. Erstmal mit Rasender Blitz. Rasender Blitz! Das war Runde 1. Wir wächeln mal auf Aaron. Zeit für ein paar abgefahrene Tricks. Mit mir kannst du nicht mithalten. Das war Runde 1. Das hast du nicht langsehen. Festung der Entschlossenheit. Der hat halt nicht zu viel. Leben. Ah, da wird's mal. Wir kämpfen doch erstmal mit Eren weiter. Für die letzte Runde. Mal gucken, ob wir da was schaffen. Wohooo! Hä, das war Schuh? Ich war ein bisschen unvorsichtig. Jetzt können wir mal sehen, wie stark ich sie eigentlich bin. Oh, Lava-Solat. Wo ich zum Lava-Soldaten vorstoßen kann. Yes! Klasse! So, das war Runde 3. Vielleicht sind wir jetzt schon Level 27. Aber wenn nicht, werde ich es bis zum nächsten Mal auf jeden Fall machen, Leute. Und dann geht's ab ins Lava-Land. So, ja. Das sieht doch gut aus. Schon Level 26. Ein Level. Das mache ich in der Zwischenzeit. Und beim nächsten Mal geht es dann gegen General Magma, Magma und seine hohen Klagegeister. Und natürlich auch Jester und das Buch der Monster. Die müssen wir auch noch erledigen. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch hoch, Leute. Gar kein Problem. Vielleicht gehen wir noch kurz zum Upgraden in die Werkstatt. Das können wir doch noch kurz machen. Oh, yeah! Und ein neuer Helm für dich. So. Und dann gehen wir mal wieder zu Macy. Macy braucht natürlich auch noch ein paar Upgrades. Für den König! So, okay. Alles klar. Aus die Gerechtigkeit wird siegen! Für Clay gibt es auch einen neuen Brustpanzer und ein neues Schwert. Yes! Leute! Alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann geht es in das Lavaland. Leute! Tschaui!